Ja, Questbuch aktualisiert. Wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Also wenn wir das kaputt machen, und schnell weiterziehen, der Karl kann einfach durchlaufen, ist praktisch für ihn. Sollten wir auch schnell hier ankommen können und das kaputt machen. Achtung! Wir könnten es aber auch erst mal mit Hit & Run probieren. Vorsicht! Bis zum nächsten Mal! Ja, ein bisschen Hit-and-Run hilft da schon. Dann können wir nämlich jetzt unsere Helden aus dem Boden stampfen. Oh ja, können hier draußen das letzte Nahrungs-Upgrade machen und ja, noch zehn weitere Paladine gegen all die Untoten. So, jetzt heißt es erst mal, die Untoten ja, den Eingängen loswerden an allen dreien am besten. Und da ist erinnert. 20% und euch ein bisschen heilen. Ja, vorwärts. So, hier noch mehr Paladine. Auf mein Kommando. Folgt mir. Bringen wir es zu Ende. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Du schreckst mich nicht! Schließt die Reihen! Verteidigt euch! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Kämpft! Sie sind überall! Haltet zurück, Männer! Okay, Alia kriegt wieder ordentlich auf die Kämme. Schlagt sie zurück! Achtung! Sie sind überall! Du kannst nicht gewinnen! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Nicht halb! Gebt mir Kraft! Sie sind überall! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Ich habe auch allgemein das Gefühl, dass die Tauriane hier etwas stärker sind als die draußen. Einfach damit die Karteitruppen sie nicht so leicht durchdringen können. Das heißt, das Tor ist gesichert. Hier sind auch noch Schar. Vorwärts! Bringen wir es zu Ende! Vorsicht! Die Rune befiehlt! Verstarrt sie an! Zeit zu sterben! Schlappt sie zurück! Gebt mir Kraft! Sie sind überall! So, noch mehr Schlachtrufe, damit wir mehr Schaden raushauen. Verstärkt die Deckung! Vorsicht! Achtung! Verstärkt die Deckung! So, das war die Zweite! Hier, sofort! Befehle! Unsere Truppen wiederordnen! Jawohl! Erwarte euer Kommando! Gebt das Zeichen! Auf mein Zeichen! Auf mein Zeichen! Das wäre erledigt! Ich presche mal durch und mache den Spawner weg, dann haben wir hier auch wieder mehr Luft! Das wäre ja... Hier! Heus! Halte durch Männer! Heus! 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 Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung. So. Feindlicher Angriff! Und los! Damit haben wir erst einmal uns Luft verschafft, beziehungsweise die Kartei Luft verschafft. Dann reden wir mal bitte um. Die Winde haben mir von euch berichtet, Sturmbote. Ihr seid hier, um dem maskierten Tod Einhalt zu gebieten. Zuerst einmal bin ich hier, um eure Stadt zu befreien. Ich muss eure Grenztore öffnen, sonst kann mein Heer euch nicht helfen. Der Weg zu den Toren ist von den Untoten bereits besetzt. Dann werde ich mich dorthin durchkämpfen müssen. Brauche ich einen Schlüssel für die Tore? Nein, von dieser Seite der Berge aus sind sie einfach zu öffnen. Ihr braucht nur viel, viel Glück. Und Mut. Nehmt einige unserer Jäger mit. Jenquai ist ihr Anführer. Sie werden euch vertrauen. Danke, Uro. Wenn das hier vorbei ist, haben wir viel zu bereden. Wohl wahr. Ich bete zu den Winden für euch. Okay. Da kommen die Jäger. Gucken wir mal derweil, was in der Truhe da unten ist. Okay. Ein paar leichte Beidlinge. Hier. Sofort. Und los. Das heißt, wie gesagt, wir nehmen den unteren Weg, weil da wartet unsere Armee ja auch bereits. Geduldig auf ihren Einsatz. Nein, wie gesagt. Das heißt, wir sehen uns im Klavier, bis jetzt. Wie gesagt, wir sehen uns im Klavier. Und wir sehen uns im Klavier. Oh, das ist sie. Wir sehen uns beim Klavier. Oh, wie gesagt. Weepatest. Okay. Woolle. Woolle. Wie gesagt. Ich hab' als Säge. Beziehungsweise werden wir uns jetzt einfach erstmal in Position begeben Können vielleicht die ersten drei da weg machen Auf meinem Befehl Schnell Und los Und los Vorwärts Schnell Zum Angriff Schlagt sie zurück Sie sind überall Haltet durch Männer Feindlicher Angriff Nicht halb Gebt mir Kraft Hier Mir nach Sie sind überall Okay, lasst euch erstmal zurückfallen Zur Ehre Aronius Haltet durch Männer Bereit Für die Rune Sie sind überall Sie sind überall Verstärkt die Deckung Verstärkt die Deckung Zurück mit euch Zurück mit euch Zu euren Diensten Was wünscht ihr? Zu euren Diensten Alles klar Zeit zu sterben Zu euren Diensten Rückzug würde ich erstmal kurz sagen Na gut Na gut, so war das eigentlich nicht geplant Nein Nein, die rennt jetzt nicht noch da hoch Oder Na gut, rennt da hoch Rennt in die Schar rein Genau Na ja, die können Jetzt mal machen Was sie wollen Ich speicher Hier mal So Und dann sehen wir uns Gleich wieder Und dann sehen wir uns Auf